Hallo und willkommen zu Islam Info. Ich habe ja versucht darzustellen, wie wenig wir tatsächlich wissen, über wer, was, wann, wo und wie gemacht hat. Und damit da der Islam rauskommt, wie wir ihn heute kennen. Was man sieht, wenn man sich mit der Geschichte des Islam beschäftigt, ist, dass der Islam heute nicht viel gemeinsam hat mit dem Islam von vor 1000 Jahren. Dazu kommt, dass der Islam heute nicht ein einheitlicher Islam ist, sondern einer von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von verschiedenen Versionen. Und bevor ich auf die Unterschiede eingehe, möchte ich aber erstmal auf einige Gemeinsamkeiten eingehen. Und an erster Stelle eben der Gott an sich. Und hier werde ich fünf Punkte darstellen. Die Beschreibung, das Konstrukt, die menschliche Logik, der Islamgott und der Mensch. Und schließlich, was ist denn dieser Gott? Und weil es hier sehr viel an Informationen beinhaltet, werde ich es in zwei Teile dividieren. Und hier im ersten Teil gehe ich zunächst mal auf die Beschreibung, das Konstrukt und die menschliche Logik ein. Wenn man sich den Islam als Konzept und aus der Hubschrauberperspektive ansieht, ist das Zentrum und das zentrale Element ein Gott. Der Gott des Islam. Was allen Göttern gemeinsam ist, die es im Laufe der Menschheitsentwicklung gegeben hat und heute noch gibt, ist die mangelnde Definition. Und das ist ein gravierendes Problem in meinen Augen, weil keiner weiß, worüber wir eigentlich reden, wenn es um Götter allgemein und den Gott des Islam im Speziellen geht. Alles, was es im Islam gibt, sind Handlungen und Attribute, die diesem Gott zugesprochen werden. In einem Buch. Was es nicht gibt, ist eine klare Definition, was ein Gott eigentlich ist oder was diesen Gott ausmacht. Und hier bezeichnet sich dieser Gott, also er bezeichnet sich angeblich selber als einzigartig, als ein allmächtiges, ein allbarmherziges, allgerechtes, allwissendes Genie und gibt sich selber noch 95 weitere Attribute, um sich selbst zu beweihräuchern. Wie eben ein himmlischer Donald Trump. Keine Definition, sondern Attribute. So als ob ich ein Auto definieren könnte als etwas, was gelb ist und laut. Wobei dann auch noch einige der Attribute dieses Islamgottes wenig schmeichelhaft sind und sogar völlig idiotisch. Und diese Liste dann auch noch dazu variiert. Was allgemein und in allen Geschmacksrichtungen des Islam vorhanden ist, ist der Glaube, dass ein Schöpfer, Schrägstrich Gott, der weder erschaffen noch geboren wurde, schon immer existiert hat und immer weiter existieren wird. In genau dieser Form. Ohne Abhängigkeiten, Ansprüche oder Bedürfnisse. Ohne Partner oder Kinder. Ganz alleine. Als einziger Gott. Was dieser Gott die ganze Zeit macht. Und was die göttlichen Attribute im Ursprung eigentlich verursacht hat. Na, das bleibt ungeklärt. Aber irgendwo müssen die ja herkommen. Und Muslime selber sind leider unfähig, hier weiterzuhelfen. So, dann gucken wir uns mal das Konstrukt an. Und für mich sieht das Ganze so aus. Es war einmal ein sehr einsamer Gott, der voller Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe war. Dieser Gott hat schon immer mit allen Attributen existiert. All dieses und all jenes. Ein Omni-Gott. Der hockt dann irgendwo ganz alleine in seinem Himmel für Jahrmillionen, Jahrmilliarden einfach rum. Bis ihn das Gelüst backt, etwas gegen seine Komplexe zu machen, indem er sich anbeten lässt. Er stellt also aus dem Nichts ein paar Photonen her und formt die zu einem Körper, der einem Menschen verblüffend ähnlich sieht. Was aber Engel genannt wird. Weil da, wie bei einem Vogel, Flügel angebracht sind. Wozu die da sind, na, das wissen wir nicht so richtig. Und deren Auftrag, also der Auftrag der Engel, der lautet diesen Schöpfer-Gott anzuhimmeln, ihn anzubeben, zu loben, zu preisen. Das braucht dieser gebeutelte Gott wohl. Denn wenn nicht, gäbe es ja keine Veranlassung, diese Engel herzustellen. Und dann noch ein paar. Und noch mehr. Bis es schließlich 70.000 sind. Jeden Tag. Tag, weil ja dort im Himmel Tage als Zeiteinheit dienen, die dem entsprechen, was auf einem Planeten, der in Milliarden von Jahren einmal hergestellt werden wird, als Zeiteinheit gilt. Weil ja dieser Gott alles weiß. Was unklar ist und höchst widersprüchlich berichtet wird, ist, wann der Arsch Allahs, also der Thron Gottes, wann der eigentlich hergestellt wurde. So wie das Wasser, über dem er schwebt und unter welchem sich später mal die Sonne nachts zurückziehen wird, wenn sie denn dann mal hergestellt wird. Und auch der Stift, der alles, aber wirklich alles aufschreibt, der wurde irgendwann und irgendwie von irgendwem am Anfang erschaffen. Naja, oder nicht? Und weil die, naja, die Engelanbetung alleine auf Dauer diesem Gott nicht reicht, wird ein Universum hergestellt. Vielleicht eines von vielen, die alle wieder in sich zusammengefallen sind. Und wir wissen es nicht. In diesem, in unserem Universum, werden nach und nach Sterne erschaffen, aus dem Nichts, sowie Planeten und Monde. Nur zerfallen diese wieder und die Trümmerteile rasen bis heute durchs Universum und zerstören alles Mögliche wieder. Dann kommt mit den ganzen Sternen, Planeten und Monden eine ganze Ansammlung zustande, nämlich eine Galaxie. Und dann noch eine und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Was sollen diese ganzen Galaxien mit Millionen von Sternen und Planeten und Monden? Aber, na gut, schließlich werden auf einem der vielen Milliarden Planeten, wieder aus dem Nichts, Menschen hergestellt, die, wie ja alles im Universum, den Schöpfer, Schrägstrich Gott, des Islam, anbeten sollen. Das ist die einzige Aufgabe. Ihmt ihnen. Den anzuhimmeln, anbeten, loben, preisen, was immer. Das braucht dieser gebeutelte Gott wohl. Denn wenn nicht, gäbe es ja keine Veranlassung, diese Menschen herzustellen, die, wie alles im Universum, recht chaotisch und fehleranfällig ausfallen. Daher sind es auch nur wenige, die diesen Gottes-Islam anbeben. 90% der Menschen lehnen diesen unfähigen Gott und die unmoralischen und brutalen Botschaften ab. Und es werden immer mehr, die zur Vernunft kommen und das ablehnen. Und immer mehr Behauptungen, die der Islamgott angeblich im Koran niedergeschrieben hat, die stellen sich als falsch heraus. Das haben Menschen heutzutage rausbekommen. Und die dort beschriebene Moral deckt sich einfach nicht mit dem, was Menschen heute entwickelt haben und dadurch der antiken Islammoral weit voraus sind. Aber es gibt immer noch Anhänger dieser Ideologie, die auf einem Wesen basiert, das unmöglich, so wie beschrieben, existieren kann. Denn die Existenz dieses Gottes hält nicht mal der einfachsten logischen Analyse stand. Aber wie jedes Märchen endet auch dieses mit Und wenn sie nicht gestorben sind, dann naja und so weiter. Denn es ist ja ganz klar ein Märchen. So, die Teile über die menschliche Logik, den Islamgott und die Menschen und schließlich, was dieser Gott ist, das kommt dann im zweiten Teil. Bis dann. Ciao for now.